du hörst die fahrpraxis deine sprechstunde für mobilität herzlich willkommen da sind wir wieder im neuen jahr 2024 unsere erste folge die fahrpraxis christoph ist natürlich wieder mit am mikro hallöchen und wir haben heute mal vor mit euch so ein kleines bisschen ja um abstände mit euch darüber zu sprechen welche abstände müsst ihr einhalten welche solltet ihr einhalten und vor allen dingen in welche richtungen christoph ja das ist ein sehr ergiebiges thema wir haben vorne wir haben hinten wir haben oben wir haben unten wir haben beide seiten also da gibt es wirklich ein sehr sehr ergiebiges thema abstand und ganz ganz wichtig genau um sich selber so wie hat der fahrsicherheitstrainer bei dem ich letztens war noch gesagt sich selber ein zeitfenster aufziehen damit man selber sich ein bisschen zeit verschafft um reagieren zu können hat ja damit auch ein bisschen zu tun ja ich sage immer man darf sich nie vom vordermann abhängig machen also dass man nie so dicht auffährt dass man sofort bremsen muss wenn der vordermann bremst sondern dass man immer noch so ein bisschen zeit hat und ja da wollen wir mal schauen wie wie die strategie so aussehen muss also es ist ja immer so ich sage kein feind kontakt das ist das allerwichtigste und da ist eben der abstand in alle richtungen eine ganz ganz wichtige sache wenn man jetzt abstand hört denkt man als erstes mal an den abstand zum vordermann genau gibt gibt aber auch noch viele andere da wollen wir heute ein bisschen drüber reden genau ja wollen wir damit anfangen zum vordermann oder ja der verändert sich auch der abstand zum vordermann nämlich in abhängig von abhängigkeit von der geschwindigkeit ja und da haben wir als menschen wieder genauso wie für die geschwindigkeit haben wir keine antennen oder unsere antennen sind nicht so ausgeprägt für die geschwindigkeiten die wir mit dem auto fahren genauso wenig haben wir diese antennen für den abstand bei den geschwindigkeiten die wir da fahren ja sag mal was meinst du mit antennen ja wir sind wir haben nicht das gefühl dafür also die geschwindigkeit mit der wir uns als menschen in der regel bewegen wenn wir ganz schnell rennen in 100 meter zehn sekunden aber sehr sehr schnell ja so ein ganz guter 100 meter läufer der der läuft dann 36 kmh und unser einer schafft vielleicht 20 25 wenn es gut läuft gut läuft genau fit sind oder mit dem fahrrad schaffen wir auch 30 35 kmh vielleicht auch mal 40 ne und da auf dem fahrrad da merken wir da merken wir welche power wieder reinsetzen müssen um da 30 fahren zu können und dann ist uns die geschwindigkeit auch bewusst sobald aber ein kraftfahrzeug ins spiel kommt also motor dann fangen wir an unvernünftig ja nicht unvernünftig zu werden aber uns fehlt einfach das gefühl dafür ja genau wirklich auf ja die tatsachen auf die physik ja verlassen und da gibt es ja zum einen also oder andersrum zum einen ist es ist es wichtig für für den fahrer die fahrerin selber zu wissen okay welchen abstand sollte ich jetzt lieber einhalten aber es gibt ja auch und das ist wichtig für die schüler und schülerin fragen zum thema abstand die man beantworten muss jetzt waren wir gerade beim beim abstand zum vordermann dann fangen wir mal an eine ampel okay ja wir stehen sage ich immer halt so viel abstand dass du die hinterräder vom vordermann noch auf dem boden stehen sehen kannst jetzt aufs auto bezogen ja schaut ja über die motorhaube nicht dass man so dicht auffährt dass man die hinterräder vom vordermann nicht mehr sieht okay und wenn man jetzt was anderes fährt ein moped oder so und lkw immer so dass man im prinzip ohne zurücksetzen zu müssen am vordermann vorbeifahren könnte also immer so viel abstand lassen dass man nicht darum rangieren müsste der vordermann hat plötzlich eine panne der macht sein wahnblinklicht an ja wäre jetzt blöd wenn ich jetzt erst zurück setzen muss also kann man sich merken so an der ampel oder im stadtverkehr wenn man mal anhalten muss die räder des vordermanns noch sehen dann ist das im stau würde ich sogar noch mehr sagen also wenn jetzt zum beispiel man steht im stau man sollte generell von vornherein die rettungsgasse bilden aber im stau immer so viel spielraum lassen dass ich dann auch noch die möglichkeit habe auszuweichen also zu einer seite zu fahren da wo ich halt hingehöre ja ja also nicht immer so dicht auffahren dass man keinen spielraum mehr hat okay so jetzt setzen uns bewegung in der bewegung jetzt kommt geschwindigkeit dazu wenn sie rollen okay und jetzt muss ich den abstand mit zunehmender geschwindigkeit vergrößern ja und da gibt es jetzt mehrere möglichkeiten die eine möglichkeit ist der halbe tacho also wenn ich 100 kmh fahre dann muss ich 50 meter abstand halten ja ganz wichtig okay das wäre zum beispiel auf der landstraße haben wir diese leitpfosten die stehen im abstand von 50 metern da kann man das ganz gut da merkt man das dran für die die nicht wissen was ein leitpfosten ist diese schwarz weißen pöller die da am rand stehen genau mit den rückstrahlern da dran genau das sind die leitpfosten das heißt um das gerade noch mal klar zu machen wenn ich also auf einer landstraße 100 kmh fahre sollte ich darauf achten dass der vordermann mindestens eine pöllerlänge so nenne ich sie jetzt mal abstand hat also diese 50 metern genau auf der autobahn passt das auch da haben die auch 50 meter abstand ja so kann man also 50 meter gut abschätzen wenn man fragen würde wie viel abstand haben die da würden die meisten leute sagen helfen doch keine 50 meter man hat auch eine völlig falsche distanzeinschätzung wenn man fährt okay man also ich weiß noch wie meine kinder immer sagten wenn wir irgendwie mit mit 60 70 irgendwo unterwegs waren also schnell fahr ich mit dem fahrrad auch okay dass das ist ja das täuscht oder man sagt der zwei sekunden abstand also wenn der vordermann bremst dann fahre ich ja schon mal eine sekunde lang weiter ohne zu bremsen das ist die reaktionszeit also mit einer sekunde reaktionszeit die kann ja auch viel länger seien die reaktionszeit wenn man abgelenkt ist und guckt gerade auf dem tacho oder was auch immer radio wenn die natürlich großes problem ja dann wird es noch länger die reaktionszeit okay aber grundsätzlich sagt man eine sekunde hat der genau im durchschnitt der normalen wenn ich muss den mindestens den mindestens den zwei sekunden abstand einhalten das heißt ich merke mir einen punkt an dem der vordermann vorbeifährt ein straßenschild oder eine brücke oder irgendetwas was da ist der fährt irgendwo an einem markanten punkt vorbei und dann zähle ich 21 22 ich nehme diese zahlen damit ich lange genug sprechen damit auch wirklich zwei sekunden sind und dann darf ich erst an diesem punkt den ich mir vorher gemerkt habe vorbeikommen genau das hätte ich zwei sekunden abstand noch mehr ist natürlich noch besser aber natürlich das ist so das minimum genau das ist das minimum es gibt auch eine situation wo man verkürzen darf ja müsste auch wissen für die theorie also innerorts darf man wenn man ja die die vorderleute gut beobachten kann auf drei autolängen verkürzen also normal wäre bei 50 kmh 25 meter abstand ja und dann darf man auf 15 meter verkürzen also ich sage ganz klar lasst es sein ich würde da von diesem generellen abstand keine keine ausnahme machen das ist also auch so wie der verkehr heute ist also wirklich abstand ist also wirklich ein ja eine ruhe bringer beim fangen da sind wir wieder wie am anfang schon erwähnt sich selber ein zeitfenster aufziehen ich verschaffe mir selber platz und zeit um zu reagieren das wäre dann innerorts auf auf drei pkw längen verkürzen das wäre dann diese eine sekunde ungefähr 15 meter so ungefähr aber lieber noch mehr ja ich ich sage immer oder ich fühle mich unwohl dabei ich kriege so ein schlechtes bauchgefühl und dieses schlechte bauchgefühl bekommt auch der prüfer und wenn er ein schlechtes bauchgefühl hat dann ist das blöd für den führerschein ja ja allerdings genau okay das heißt wichtig auf jeden fall die die ja die hilfen zwei sekunden abstand oder halber tacho und das a und o ist einfach lieber mehr abstand dadurch bin ich safe ja auch nicht übertreiben manchmal ist das man also also diese mit dem zwei sekunden abstand kann man ja passt ja für jede geschwindigkeit also man muss ja nicht bei 40 20 m also bei 40 kmh 20 meter abschätzen können und so weiter sondern ich kann immer zählen 21 22 und dann komme ich an der stelle vorbei wo der vordermann vorbeikommt das passt halt für jede geschwindigkeit egal wie schnell oder wie langsam genau ja und deswegen ist auch ist es auch logisch dass hier schneller man fährt desto mehr abstand muss man natürlich halt ja zum vordermann einhalten das ist hier auch noch mal wenn ihr das klasse b buch selber besitzt zu hause dann könnt ihr da auch noch mal rein schauen in dem kapitel geschwindigkeit abstand da sind die themen die wir heute besprechen auch noch mal ganz gut erklärt jetzt haben wir den abstand zum vordermann aber was vergessen nee wie sieht es denn aus was gibt es denn noch für abstände jetzt könnte man ja meinen ja zum vordermann ist der wichtigste aber zeitlich ist auch ganz wichtig wichtig nicht gerade unwichtig genau und immer immer wir müssen immer betrachten wie wie ist der abstand beim parken also wenn ich stehe da wäre zum beispiel schon mal ein guter test wenn ich die türen öffnen dann gibt es ja so zwei so rasten eine raste wo die tür schon mal einrastet so ein bisschen früher und dann kann ich sie noch weiter aufmachen wo sie nicht mehr weitergeht und beim einparken jetzt in so eine park box wo ich also nebeneinander also neben mir ein auto habe da muss man dann mal so ein gefühl oder kann man ja auch ausprobieren vorsichtig die tür öffnen und dann schauen dass wenigstens diese erste raste wo die tür einhakt dass man da noch nicht an den nachbarn tickt da kann man sich noch ganz gut raus quetschen aus der tür wenn es dann noch enger ist ist immer gefährlich dass man da auch dann eine macke dem nachbarn verpasst und noch besser ist natürlich wenn ich die tür völlig öffnen kann und da gar nichts passieren kann mit einem windstoß wichtig ist auch immer da die tür festzuhalten sonst ist da wieder dieser dieser feind kontakt da nicht feind aber so ne dieser diese diese berührung eines anderen auf fahrzeugs ne und dann ist da nur eine kleine macke dran und schon habe ich das malheur und den ärger und alles schon passiert ne genau okay das wäre also wenn ich wenn ich parke ein bisschen darauf achten so eine ja könnte man sagen eine tür breit ne tür breit ist es ja nicht ja beim vorbeifahren wäre schon mal tür breit gut genau wenn einer die tür plötzlich aufreißt dass man nicht so nah an anderen vorbeifährt ja auch die spiegel beim fahren sind nicht zu verachten also so ein spiegel hat ja auch so 20 zentimeter vielleicht sogar ein bisschen mehr und das an beiden autos an dem parkenden wie an dem fahrenden da habe ich kann ich gar nicht gerade eine geschichte zu erzählen habe ich letzte woche ich habe zu hause jetzt noch ein zeugenbogen liegen von der polizei muss ich noch ausfüllen denn letzte woche ist eine autofahrerin ja relativ flott an parkenden autos vorbeigefahren wo ich hergelaufen bin und die hat dann eben einen spiegel voll mitgenommen von einem parkenden auto und hat dies auch bemerkt aber ist halt weitergefahren dann habe ich das kennzeichen mir notiert und jetzt muss ich halt eine zeugen aussage für die polizei noch machen also da passte der seitenabstand eben überhaupt nicht spiegel an spiegel das ist schon sehr nah dran woran hast du gemerkt dass ich es gemerkt hat sie hat gebremst und hat mich angeguckt weil ich da stand auf der höhe und ich habe ihr gewunken und habe gesagt bleibt stehen und dann hat sie aber ihren gang eingelegt und ist weitergefahren ach du okay das ist natürlich schon und genau deswegen habe ich dann auch den das kennzeichen aufgeschrieben und habe dann die polizei benachricht genau also war ja quasi unfallflucht ja ja das ist blöd genau und das und da so weit soll es gar nicht kommen also dieser kontakt zu einem anderen fahrzeug der soll gar nicht stattfinden deswegen sind die abstände so wichtig genau genau also seitlich also zu beim parken hatten wir jetzt gesagt dann haben wir beim parken natürlich auch vorne und hinten immer so wir sollen platz sparen parken aber eben auch nicht zu dicht nicht dass man jemanden zuparkt ich würde immer sagen so ein meter vorne und hinten ist immer eine ganz gute ja ganz guter abstand hast du da vielleicht auch ein tipp weil da kann man so viele können es ja vielleicht schlecht einschätzen wie wie viel habe ich denn noch hinten oder wie viel habe ich denn noch vorne ja also da würde ich erstens mal kriegt man ein gefühl dafür indem man zum beispiel ein man müsste irgendwie so ein ständer haben wo man also dass man so eine stange die dann die dann zusammen also die die nicht fest ist ja okay dagegen fahren kann ja so piloten da stecken wir oben so eine plastik stange rein und dann können wir mit dem auto dagegen fahren und sehen dann wann berührt das auto diese okay macht das bitte nicht mit laternen nee nee laterne ist zu unflexibel ja man kann das mal machen wenn irgendwo büsche sind also mit ganz weichen zweigen dann fährt man mal so weit in die büsche rein bis die zweige sich bewegen dann kriege ich ein ganz gutes gefühl dafür oder man ich überlege jetzt gerade einen pappkarton man könnte so ja zwei pappkartons übereinander stapeln so dass man die sieht und dann fährt man mal mit seinem auto so weit vor bis die sich bewegen ja und auch hinten genauso guter tipp oder man steigt mal aus also seid euch nicht zu fein mal auszusteigen und zu gucken wie groß der abstand noch ist nur so kann man gefühl dafür entwickeln wie groß und wie lang das auto ist das wollte ich gerade sagen genau also klar so eine vorrichtung um sich ein gefühl zu verschaffen durch pappkartons kann man machen aber wenn man dann irgendwo in der parksituation ist ruhig mal anhalten und mal aussteigen wie viel habe ich denn noch ganz genau noch mal zehn zentimeter fahren und noch mal aussteigen vorm einsteigen nach dem parken zum beispiel auch immer vor und hinter dem und auch seitlich am fahrzeug noch mal gucken da kenne ich nämlich noch eine geschichte von dir ja wohnmobil ganz neu ja wieso am kettlerpark irgendwie oder so war das ja in irgendeinem wildpark in irgendeinem wildpark genau ne und du bist eingestiegen hast gedacht ach ich kann ja nach vorne los richtig da waren da so kleine holzpöller stand allein holzpöller genau ja also das ist immer ganz gut mal eben unauffällig ums auto drum herum schauen ob da nicht irgendwo ein blumenkügel steht oder so das ist also auch immer mit dem mit dem abstand ganz wichtig genau oder eben die neueren fahrzeuge wenn die wenn die park pieper haben da auch mal ein bisschen drauf gucken sich ein gerufen okay wann fängt er denn an zu piepen oder sogar mit kameras dann auch rückfahrkamera super genau dass man da dann auch wirklich sieht wie viel abstand hat man noch genau das ist eine klasse sache genau und ansonsten immer auf der sicheren nummer auf der sicheren seite bleiben und anhalten aussteigen gucken ja dann haben wir abstände beim überholen seitlich ja und da habe ich jetzt natürlich ist ein unterschied ob ich jetzt eine straßenbahn überhole die ja mal an ihre schienen gebunden ist und nicht hin und her wackelt in der regel da darf ich dann mit weniger abstand überholen oder auch kraftfahrzeuge was bei radfahrern dann ganz anders aussieht das ist innerhalb geschlossener ortschaften 1 1,5 meter ja mindestens und außerhalb geschlossener ortschaften zwei meter abstand genau und anderthalb meter abstand ist sogar schon richtig viel da weiß ich noch aus aus meiner erfahrung dass schüler denken sie haben anderthalb meter und das sind ist noch niemand halber oder so also das ist schon ordentlich es gibt autos die sind 1 meter 50 breit so also eine ganze autobreite platz lassen um an einem radfahrer vorbeizukommen das ist schon ordentlich was würdest du denn sagen wenn wenn sowas jetzt in der prüfungsfahrt ist und der schüler ist sich nicht sicher soll ich jetzt vorbei soll ich nicht passt das passt das nicht lieber dahinter bleiben mit zehn km h oder ja also es kommt ja jetzt darauf an was ist wie sind meine möglichkeiten nach links also kann ich noch mehr abstand lassen ist ja eine durchgezogene linie oder habe ich da gegenverkehr kann den nicht richtig einschätzen oder so wenn also frei ist dann einfach richtig auch lieber mal mehr abstand lassen also nicht da an die grenze rangehen sondern mehr abstand dann würde ich immer sagen wenn es darum geht abstand zu abstand zu radfahrer der radfahrer ist immer wichtiger als eine durchgezogene linie ja es gibt natürlich also dieses in der durchgezogene linie ist wie eine mauer ja das wird oft von fahrlehrern oder fahrlehrerinnen so gesagt ja halte ich nicht für gut ja wenn man dann mehr angst vor einer linie hat als vor einem menschen der dann wird nämlich zu nah an dem menschen vorbeigefahren sehr guter punkt ja und an die linie kann ich mal nah ran gehen und ich wenn dann wirklich keiner im gegenverkehr ist oder das ist eine sperrfläche da heißt es ja auch da darf ich gar nicht drüber da muss man wieder den gesunden menschen verstanden also das ist mir lieber da fährt jemand so ein bisschen über die durchgezogene linie oder den die sperrfläche wenn da wirklich niemand im gegenverkehr ist ja also man übertritt schon mal grenzen wenn man sich sicher ist dass dadurch nichts passieren kann ja ganz ganz wichtiger satz da werde ich schelte für bekommen manchen kolleginnen und kollegen aber da stehe ich zu genau schreibt gerne in die kommentare kontaktiert und unter der fahrpraxisnummer aber ist ja ist ja nicht sehr guter punkt aber immer ein beispiel aus der prüfung aus der prüfung das wäre mir wichtig genau wir kommen auf einen radfahrer zugefahren landstraße durchgezogene mittellinie der fährt da vor uns rechts und es ist eindeutig nicht genug platz um den zu überholen ohne über die linie zu kommen der fahrschüler bremst ab und bleibt hinter dem radfahrer und der prüfer sagt genau das wollte ich sehen und jetzt dürfen sie den überholen weil nämlich breit und breit niemand im gegenverkehr war und es wäre jetzt wirklich für alle um liegenden verkehrsteilnehmer nicht verständlich gewesen wenn man da jetzt nicht einfach ja nicht einfach also er hätte nicht aus voller geschwindigkeit einfach an dem vorbeifahren sollen sondern ist langsam geworden hat geguckt weit und breit keiner zu sehen und dann blinker links und gucken und in einem vernünftigen abstand vorbei also nicht dann mit mit voller geschwindigkeit vorbei ist ja gut dienst nach vorschrift kann also auch schlecht sein so ja und wie du es gerade beschreibst da sagen ja dann die prüfer und prüferinnen auch ja ist gut gemacht dadurch zeigt man ja auch okay ich habe diese gefahr in anführungszeichen gesehen erkannt und ich tue was dagegen aber jetzt also ich kenne wirklich strecken da wäre es ja grausam da sind selten radfahrer oder eigentlich auch nie aber wenn dann da einer ist dann müsste man wirklich kilometerlang hinter diesem radfahrer herfahren und also ich denke mal jetzt hier so zwischen mal sinsen und haltern ja ganz lange durchgezogene linie genau und wenn dann jemand mit all die tüte am lenker auf der anderen seite kann man vielleicht auch sagen wenn ihr euch nicht sicher seid lieber sein lassen klar und dann wird vielleicht der prüfer die prüferin auch auch ja helfend einwirken und sagen kommen jetzt guck mal und dann fahr vorbei ja ganz genau genau das ist der der seitenabstand also innerorts zum radfahrer nochmal 1,5 meter ist auch eine frage in den theorie bögen und außerorts zwei meter das also euch schon mal zum merken wo machen wir weiter wir haben noch ganz viele also beim parken ja fällt mir noch einiges ein ja muss man zum beispiel von den schnittpunkten der fahrbahnkanten abstände halten sehr gut also die fahrbahnkanten in gedanken verlängern die sind ja so abgerundet die bordsteine also um die kurve also du bist jetzt gerade an einer kreuzung und oder einbindung und wo man da nicht mehr parken darf quasi genau man darf ja nicht direkt in der kreuzung oder also dass man abstand lassen ja zu der kreuzung ja und da muss man sich jetzt halt die fahrbahnkanten in gedanken verlängern ja und von den schnittpunkten an fünf meter abstand lassen und da wo radverkehr das ist jetzt relativ neu zwei jahre haben das jetzt glaube ich ja also wo ein radweg verläuft da muss man sogar acht meter abstand lassen also auch wieder ganz wichtig für euch zu merken die zahlen und ist eigentlich auch logisch denn wenn da zu nah ein fahrzeugpark dann sieht man einfach erstens nichts mehr oder eben zu spät was für das abbiegen von lkw und bussen ist das auch wichtig dass also die einbindung und die kreuzung frei bleiben in den ja an nennen an den schnittpunkten also dass da irgendwo ein bisschen platz ist genau okay sehr gut was haben wir noch jetzt hatten wir den abstand nach vorne wir hatten den zur seite beim parken waren wir jetzt ein bisschen beim anhalten beim fahren haben wir noch ein ja ein share abstand genau ich wollte gerade fragen wie sieht es denn eigentlich mit abstand nach hinten aus da sagen ja viele wahrscheinlich den kann ich erstens nicht beeinflussen was wie so abstand dahinten ist mir doch egal aber doch doch kann man auf jeden fall ja also zum beispiel dass ich nicht noch extra langsam fahre wenn mir jemand dicht hinten auf fährt wo man den noch provoziert auf die bremse tippen ja oder ja wenn ich aber selbst mit ein bisschen schneller fahren dann nichts machen kann also ich habe es auch schon mal wirklich so extrem gehabt er hat aber wirklich nichts gemerkt und sein hintermann der war also so ich weiß nicht der war glaube ich mit dem telefon beschäftigt gesagt ich fahr mal jetzt ein bisschen schneller damit er nicht so dicht auf fährt der blieb aber immer hinten dran kleben okay also letztendlich habe ich dem fahrschüler gesagt jetzt fährst du mal eben hier rechts ran und lass den fahren weil das müssen wir jetzt nicht provozieren ja auch klar also so dermaßen dicht auf hat das wirklich überhaupt nicht gemerkt das war für den hintermann glaube ich der der hat es einfach nicht gemerkt wir haben sogar mit waren blinklicht versucht und so weiter also das das war wirklich mal so ein extremes beispiel aber ansonsten kann man eigentlich nur durch ja halt nicht provozieren wenn es auch so eine gerade strecke ist dann auch mal lieber 51 fahren als 49 wenn da 50 erlaubt ist das kann man schon beeinflussen und wenn mein hintermann besonders dicht auf fährt dann halte ich zu meinem vordermann einen etwas größeren abstand damit ich für den hintermann mit denke und noch cooler bremsen kann falls mein vordermann mal stark bremst das ist so eine kaskade die dann entsteht wenn also einer stark bremsen muss und alle zu dicht auffahren dann schafft der erste vielleicht oder beim zweiten jetzt schon hektisch beim dritten quietscht es und beim vierten knallt es ja 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 und wenn dann nur ein vernünftiger dazwischen ist der sorgt wieder für diesen puffer dass wieder einer vernünftig bremst und die hinter leute dann da auch mit von profitieren dann passt das wieder genau okay jetzt hast du gerade eben schon den ein share abstand genannt was was hat es damit auf sich also genau also kraftfahrzeuge für die eine wenn ich jetzt außerhalb geschlossenen ortschaften unterwegs bin ich fahre ein kraftfahrzeug was ich muss also eine besondere schwindigkeitsbegrenzung einhalten also zum beispiel ich habe fahrzeug über 3,5 tonnen ja oder ich habe einen anhänger hinten dran ja da hätte ich ja auch schon eine besondere geschwindigkeitsbeschränkung und dann bei zügen die länger als sieben meter sind ja müssen dann einen so großen abstand einhalten dass ein überholendes fahrzeug einscheren kann daher dann aber okay das heißt ich müsste dann den doppelten abstand also ja meinetwegen ich fahre 60 30 meter abstand müsste ich also ja die hälfte des tachos ja die meter 30 also jetzt das doppelte dann also 60 meter plus die länge des fahrzeugs die dann da ja noch einscheren würde ja okay da da könnte jetzt jeder vielleicht sagen ok da muss ich anfangen zu rechnen aber im grunde kommt aber auch selten vor wenn ich wenn für mich schon eine besondere geschwindigkeitsbegrenzung gilt ja und ich fahre langsamer als die anderen dann müsste ich ja schon noch auch wieder das gleiche fahrzeug was also auch so langsam fahren muss vor mir haben und dann richtig für diesen einscher abstand sorgen okay gut also der einscher abstand das macht deutlich okay abstand ist eigentlich elementar um sich im verkehr zu bewegen also noch nicht mal nur für wir sind ja jetzt gerade irgendwie nur bei pkws bei autos das gleiche gilt ja auch für für radfahrer vielleicht und motorradfahrer da gelten ja auch abstände fahrrad da gibt es ja dieses berühmte windschatten fahren ja also möglichst dicht am hinterrad des vordermann sich anhängt sozusagen ja gefährlich gefährlich bringt natürlich einiges wer das schon mal gemacht hat der merkt dass man einiges an der energie spart ja ja was würde ich was was würde ich noch sagen wir haben noch den abstand nach oben und nach unten also beim pkw kommt es ja selten davor wenn ich jetzt ein ganz normales auto habe oder ja gut wenn ich ins parkhaus fahre habe ich immer die angaben von der höhe und jetzt wäre es ganz gut wenn ich wüsste wie hoch mein auto ist wenn ich also jetzt so einen bulli fahrer so normaler vw bus oder weil sie nicht vor transit oder was custom die sind so zwei meter hoch also wenn ich mich ja meine 1 93 daneben stelle dann sind die so 1 96 oder irgendwie sowas gibt schon mal parkhäuser die haben nur 1,9 meter höhe da wird knapp oder dann wird es noch interessanter wenn ich mein fahrrad auf dem dach habe dann muss ich da noch mal eben das fahrrad dazu rechnen meinetwegen mein auto hat eine höhe von 1 50 1 60 oder so normaler pkw und dann noch mal ein fahrrad da oben drauf oder ich fahre wir fahren ja so ein transit custom nugget ja der hat so eine schlafkabine oben drauf also normal wäre der zwei meter hoch mit dieser schlafkabine ist der 2 80 hoch da muss ich zum beispiel wenn ich hier so so eine kleine dorfstraße hier in den borg da fährst du so durch so eine kleine süße straße so die ist so geflastert und dann sind da rechts und links so läden die ihre markisen ausgefahren haben ja und da musst du daran denken dass du denen die markise nicht abfährst ja sehr gut ja also ist es auch wichtig sein fahrzeug zu kennen sowohl nach oben als auch nach vorne nach hinten und zur seite einfach mal wo wo kann ich das nachlesen vielleicht wie wie hoch das fahrzeug ist ja und wie breit ja im fahrzeug scheinen aber jetzt kommt ja vielleicht die ladung dazu also auf dem dach ja da muss ich dann wirklich mal messen dass ich einfach schaue und und also wirklich mal zollstock nehmen und dran halten und ich bin jetzt so und so hoch und dann also immer dieses nachmessen führt ja dazu dass man auch ein gefühl dann irgendwann dafür entwickelt sich mit beschäftigen beim lkw wenn wir jetzt ein lkw haben der zwei meter 55 breit und vier meter hoch ist dann muss ich beim fahren auch mir wirklich so ein so ein tunnel von drei meter breite und vier meter höhe denken also da gibt es den den begriff des eingeschränkten lichtraum profil also die ja schöner begriff genau die bäume die also oben mit ihren ästen oder die mal schräg gewachsen sind oder vom wind ein bisschen schräg gedrückt wurden da gibt es in so alleen immer mal wieder besondere exemplare die oben dann in die fahrbahn ragen da sieht man dann auch oft schon mal eine macke so in vier meter höhe also dass man danach guckt oder man hat so ein dieser transit nugget da bist du auch schon mal bei einem normalen verkehrsschild also das schild da steht ein schild eine zone 30 und das ist ja so eine richtig fette tafel ja die guckt dann in der höhe wie mein auto da ist auch richtig weiß ich nicht bestimmt einen halben meter über den mast hinaus da muss man dann auch schon darauf aufpassen dass man da nicht gegen kommen aber das um das noch mal gerade aufzugreifen dieser dieser begriff lichtraum profil das ist auch das kommt auch wiederum in den theorie fragen vor da ist dieser begriff auch genannt also da schon mal merken das hat was mit der mit der höhe zu tun wie viel platz da vielleicht ist ja das ist so ein schild also so ein so ein zusatzschild also ein lkw abgebildet ist mit einem baum dass man ja weiß aha hier ragt was oben in die fahrbahn rein wo man dann mehr mehr zur mitte fahren muss und wenn ich dann gerade noch gegenverkehr habe vielleicht auch wieder ein lkw oder bus dann darf ich mich gerade nicht an diesem baum mit dem lkw oder mit dem bus mit dem anderen bus treffen dass man dann durch geschickte geschwindigkeitswahl verhindern dass genau diese stelle der treffpunkt ist das wäre zumindest gut genau okay nach unten fehlt noch zu guter letzt der abstand nach unten ja jetzt wird spannend ja ich habe zum beispiel eine garagenausfahrt die ja gewölbt ist und das ist schon mit einem normalen auto hast du manchmal setzt das auf oder du hast ein auto tiefer gelegt dann gibt es hier wenn man ganz viel so diese sogenannten berliner kissen ja dann müssen die leute schon anfangen schräg darüber zu fahren diese beruhigungsverkehrsberuhigungs oder ich habe schon beim lidl die haben so hohe bordsteine als als begrenzung für die also dass man nicht vorne nicht ins blumenbeet fährt und die sind viel viel höher als normale bordsteine da sieht man regelmäßig autos die sich da auch schon mal festfahren also die die ja echt mit ihrem spoiler hängen bleiben und der der geht dann beim vorwärts fahren fluppt er da so drüber und beim rückwärts fahren reißen sich den fast ab ne also diese gummilippe die unten an der ich will jetzt nicht sagen spoiler ne spoiler ist dann sowieso ja ja aber was kann man da vielleicht als als tipp mal mitgeben also die sollte man selber mal wissen wie hoch ist mein auto eigentlich oder wie viel abstand habe ich wie tief genau nicht wie hoch wie die dies tiefer legen die wissen es ja 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 genau irgendwann wo sie her fahren also wie viel wie viel abstand habe ich vom boden bis bis zu meiner was ist denn das dann ich weiß noch irgendwann eins meiner kinder sagte ja ich muss da jetzt mal hingehen der kann bei uns in die straße nicht reinfahren okay bei den huckeln nicht drüber war irgendein besonderes auto weil sie nicht wo sie eine runde mit drehen wollen okay okay und wo ich dann auch dachte naja das ja ja okay also da macht es auf jeden fall mal sinn sich dessen bewusst zu werden also ich habe gestern auch ein erlebnis gehabt mit dem böschungswinkel also wenn böschungswinkel achso ja 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 also kommt ja darauf an wo ist das vorderrad ja wie lang hängt das fahrzeug vorne über oder hinten ja also dieser winkel von der aufstandsfläche des reifens bis zur vordersten kante des fahrzeugs ja okay und wenn man also eine böschung hochfahren will sozusagen ja also da geht es irgendwie bergauf und das kann dann auch unterschiedlich sein bei fahrzeugen dieser böschungswinkel dass du da hängen bleibst vielleicht mit der stoßstange oder was und da muss man einfach auch einen blick für kriegen also ich war gestern da im sauerland und da war dann eine auffahrt wo ich wirklich sehr sehr vorsichtig rüber gefahren bin weil ich dachte wenn du da jetzt so richtig zu schnell rüber fährst dann setzt das auch auf und so und ist aber nicht passiert war schon heftig aber war gut dass ich langsam drüber gefahren bin ja also das zeigt ja auch wieder dessen bewusst werden ein bisschen darauf achten sich damit auseinandersetzen was wie hoch wie breit ist mein fahrzeug gibt es vielleicht auch noch weil wir gerade eben bei ladung waren also wenn mein fahrzeug schwer beladen ist habe ich ja vielleicht auch wieder weniger abstand zum boden ja natürlich das merkt man wenn ich mit einem auto mit fünf leuten sitze und dann ist die auffahrt die sonst wo ich noch ohne schrappen rüber kommen ja genau da sitzt es dann vielleicht auch auf ja genau auch noch ja ja also so ein riesen thema riesen thema und unterm strich können wir festhalten verschafft euch platz und abstand in alle richtungen ja und probiert aus nicht nur ausprobieren sondern gucken und ausprobieren ja erfahrungen sammeln möglichst ohne schramm und ohne feindkontakt und so weiter genau und dann lernt ihr euer auto euer fahrzeug immer besser kennen und irgendwann kann euch nichts mehr schauen so sieht es aus in diesem sinne vielen dank fürs zuhören bis zur nächsten folge und tschüss und tschau so Musik